Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen, spannenden Runde, äh, Guts and Glory. Ja, ich, äh, bin bereit, um mich wieder wegschnetzen zu lassen. Und, ähm, ich hab auch überhaupt keine Angst, würde ich sagen. Zumindest fast. Ich hab fast überhaupt keine Angst. Ne, ich, äh, freu mich drauf. Ich bin gespannt, was wir für Maps heute spielen werden. Ich glaube, wir hatten noch ein paar Curry-Maps am Start. Und, ähm, ich bedanke mich erstmal fürs Reinschalten und, ähm, hoffe, ihr habt Lust auf ein neues Ründchen Slasherei und, äh, Ballerei und ein bisschen, äh, Schnetzlerei. Mean Green Machine, das haben wir alles noch hier am Start, wo wir alle noch nicht gespielt haben. Oder die wir alle noch nicht gespielt haben. Herr Curwus in Klammern Sorry. Ich glaube, das haben wir aber schon mal gespielt. Ähm, weil an den Namen kann ich mich dann doch so spontan ein bisschen erinnern. Also, ich glaube, so ganz schlimm ist es nicht. Zoe Stunt Parcours 2. Das ist, äh, Part 2. Ich habe dir eine neue Zoe-Map gebaut. Curryhafte Grüße, Tom. Curry und der Bürgerkrieg. Das haben wir schon gemacht. Dann können wir das mal wegmachen, weil die, äh, ein paar haben wir ja schon gespielt. Deathrun Need for Speed für Anfänger. Curry. Leute, wir machen jetzt Need for Speed. Curry wird vor den Kops gejagt, wird er entkommen. Grüß den Black Ghost 123123. Dann grüße ich den Black Ghost 123123. Mach ich doch glatt, Freundchen. Mach ich doch glatt. Danke fürs Erbauen erstmal für die Map. Und, ähm, puh, ich, äh, ich habe Bock. Ich habe nur ein bisschen Angst. Also, ich habe, ich habe nur ein bisschen Angst. Aber, das kennt man ja bei God's and Glory, ne? Das gibt... Junior? Complete 20, also 20 Strecken, äh, fertig machen, fertig spielen, um Junior freizuschalten. Wir spielen mit El Topo. What? What? Sag mal, seid ihr des Wahnsinns? Oh mein Gott. Ich meine, es ist ja schön, dass du hier Musik reingebaut hast. Aber warum 50.000 Autos? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm, was? Willst du mich verarschen? Ich habe kein Nitro in meinem Auto. Ich habe doch nur wunderschönen Käsekuchen. Ähm, oh nein. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Da, da zischt irgendwas. Und da, da spritzt... Ja. Okay. Ähm, Tobi hat sich kurz eine Auszeit gegönnt. Alter, was geht weg, Mann? Käsekuchen. Nein, wir haben den Käsekuchen verpasst. Äh, wir haben den Checkpoint. Oh. Falsche Taste. Super, Kevin. Du bist richtig toll. Du bist richtig gut. Okay, der Käsekuchen. Das ist alles, was sicher ankommen muss. So, wo ist jetzt das nächste? Ach du Scheiße. Was haben wir denn für einen Wendekreis, Mann? Und warum sitzen die da hinten so komisch drauf? Das gefällt mir nicht. Was? Das sind doch keine Kops mehr. Das sind Serienmörder, Alter. Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, ganz entspannt ins Ziel. Ganz entspannt ins Auto. Ganz entspannt ins Checkpoint. Und jetzt aus... Als ob einfach der Kopf direkt wegfliegt. Okay, die sitzen da einfach nur hinten drauf. Leute, merkt euch, das passiert, wenn ihr euch nicht anschnallt. Das ist nicht gut. Macht's lieber nicht. Es sei denn, ihr wollt so enden wie bei ganze Glory. Nein, nein, dann macht's nicht, Leute. Das ist nicht schön. So, die Autos kommen ja. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schwarze Kugel! Oh mein Gott. Ah, nein, 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 nein. Oh. Ein Käsekuchen ist weggeflogen. Das macht nichts. Ist nicht so tragisch. Alter, jetzt müssen wir wieder da rein. Sag mal, geht's noch? Ich glaub, ihr... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Ja, das passiert, wenn ihr nicht angeschnallt seid. Tobi hat es gesagt, Leute. Ich sag's euch. Tobi hat ja nur gewarnt. Ernsthaft? Oh, Spiel bitte. Was hab ich dir getan? Warum bist du so böse zu mir? Was hab ich dir getan, Spiel? Ich will doch nur in Ruhe nach Hause... ...fahren. Oh. Ich glaub, dem Tobi geht's nicht so gut. Aber man muss ihn lassen. Er fährt immer noch mit einer Hand weiter. Oh, nee, doch nicht. Ja, okay. Ich hab's ja verstanden. Ist gut. Ich weiß, dass Tobi... Also, El Topo tot ist. Ich hab's kapiert. Aber, ähm... Oh mein Gott. Alter, da vorne sind die Autos... Oh mein Gott! Alles gut. Ganz normaler Stau. Ja, klar. Alles. Kein Problem. Ja. So läuft das. So läuft das auf deutschen Autobahnen. Ja. Alles in Ordnung. Ja. Wunderbar. Was zum Teufel? Was ist hier los? Okay. Der Hammer muss leider ein bisschen wegfahren. Alles klar. Da kommen die Autos schon. Ich seh's schon wieder. Oh mein Gott. Hilfe. 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 Komm. Schieß mich in den Checkpoint rein. Schieß mich in den Checkpoint rein. Komm. Ach man, ey. Warum hat man nicht mal einmal ein bisschen Glück hier in diesem Spiel? Das kann doch nicht sein. Weißt du, willst du in Ruhe einfach mal deinen Sonntag verbringen? Und einfach mal eine schöne Spritzturm machen? Oh mein Gott. Wir sollten vielleicht ein bisschen anders auf die Autos zufahren. Kann das sein? Das sollten wir vielleicht mal überdenken, oder? Vielleicht, dass wir so fahren. Da vorne kommen die ja an. Dann fahren die ja hier rein. Oh mein Gott. Okay, die fahren da rein. Wir fahren mal kurz da rum. Tschüss. Oh mein Gott. Hilfe. Oh, Alter. Ich weiß. Oh, Entschuldigung. Da hängt einer bei mir. Okay. Hat sie erledigt. Alter. Alles gut. Hö. Du scheiße Auto. Ich will doch nur in Ruhe meine Drogen hier ans Ziel bringen, Mann. Das kann doch nicht sein, ey. Okay. 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 Checkpoint. Checkpoint. Alter, nicht dein Ernst, oder? Geil. Wir haben den Checkpoint geschafft. Alter, mega nice. Ich meine, das war alles total... Ja. Schickes Ende. Aber ist ja noch gar nichts zu Ende hier. Oh mein Gott. Ausweichen. Oh nein, die Autos. Wir müssen auf die Autos zufahren. Ernsthaft jetzt? Alter. Was für eine gemütliche Fahrt. Oh Mann, ey. Du willst mich doch verarschen spielen, ey. Ja, schöne, äh, werbefreundliche Folge bis hierhin. Einfach ein Träumchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein... Alter, wie soll man denn diesen scheiß Autos... Okay, wir müssen die locken. Wir müssen die... Wir müssen die locken. Die werden ja jetzt da angefahren kommen. Oder? Oh ja, da kommen sie. Ja, kommt. Oh Mann. Oh Mann, da haben es ein paar geschafft. Alles klar. So viel dazu. Und wir können weiterfahren. Die wollen... Die wollen immer auf mich drauf fahren. Warum? Ich habe doch gar nichts getan. Was ist hier los? Was? Spiel. Hallo. Wir fahren falsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen, glaube ich, da auf die Straße hier, ne? Hilfe. Ich bin doch nur ein einsamer Bürger, der... Der Hilfe braucht. Alter. El Topo. Ich habe dich immer gern gehabt. Ich habe überhaupt nichts gegen dich. Du bist ein wahrer Fighter. Du bist ein Krieger. Du bist... Du hast es verdient zu überleben. Du hast es überlebt. Oh mein Gott. Okay, ganz langsam. Okay. Boah. Was? Wie soll man das denn schaffen jetzt? Oh mein Gott. Ähm. Ich glaube, das war ein bisschen falsch. Alter, diese Cops. Die sind viel zu hartnäckig. Das sind alles Traitor-Säue. Alles Traitor. Kann doch nicht sein, ey. Ich wollte mich doch verarschen. Aus dem Weg. Heiß und fettig. Mein Reifen zieht nach links. Warum? Wir sind zu schnell. Wow. Tobi, wir waren viel zu schnell. Das musst du dir mal klar machen. Alter. Fahr doch weiter, du Drecks-Töle. Mensch. Du Spackenkopf, ey. Und jetzt. Volle Pulle. Volle Pulle. Wir können es glauben. Ey, wir können es schaffen. Nicht glauben. Schaffen. Alter, das gibt es nicht. Okay. Zu schnell. Viel zu schnell. Wie zum Teufel soll ich da reinfahren? Oh ja, da kommen die Autos. Komm schon. Hä? Wer soll das denn schaffen? Willst du mich verarschen? Okay, wir driften mal um die Ecke. Jawohl, wunderbar. Alter. Aus dem Weg. Du Kackpratze. Wo hast denn du deinen Führerschein her? Alter. Hast du den selbst gedruckt oder was? Oder ausgemalt mit Mandala? Vielleicht so? Okay, nein. Das müssen wir mit dem Auto machen. Wir müssen es mit dem Auto machen. Vielleicht sind wir auch zu schwer. Wir sind einfach verkackt zu schwer, Alter. Wir sind wirklich zu schwer. Komm schon. Alter, das gibt es doch nicht. Vielleicht doch nicht so ganz so langsam. Ich kann es nicht. Ich check es nicht. Wie haben wir das denn gerade gemacht? Was zum Teufel, Mann? Was ist das mit dem Spiel? Ich will doch nur da hoch. Ja. Alter, das kannst du doch nicht schaffen. Wir werden ja immer schief reinfliegen. Alter, willst du mich verarschen? Das ist doch unmachbar. Das kann doch nicht sein jetzt. Wir fliegen immer nach rechts weg. Das ist doch scheiße. Ach, nö. Komm schon. Mann, ich habe doch nichts getan. Was? Ich habe doch nichts getan. Ich will doch einfach nur ein Ziel. Was soll die Kacke? Was soll die Kacke? Ach, bitte. Bitte. Mach keinen Scheiß. Wer hat diesen Scheiß-Checkpoint gesetzt, Mann? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Was passiert hier? Guck mal, jetzt sind wir schon auf dem Zweiten. Und es bringt einfach immer noch nichts. Weil wir uns immer drehen, Mann. Hoch da jetzt. Ey, leck mich doch, Spiel. Also ganz ehrlich, das ist doch kacke, Leute. Wann habe ich getan? Wann habe ich dem verkackten Spiel getan, ne? Du hast hier deine Pakete. Hast sie schön zusammengepackt. In aller Ruhe. Und jetzt kommt hier so eine Kack-Luftpolster rum. So ein Luftstrahl. Äh, Strahl. Ja, alles klar, Kevin. Und will dich hier einfach in die Luft schießen, oder was? Und das klappt noch nicht mal. Weil du immer zur Seite fliegst. Guck mal, jetzt machen wir hier auch noch so ein Salto. Oder eine Spirale. Eine Pirouette. Ich weiß es doch auch nicht. Das ist doch kacke, Alter. Ich drehe nicht mal mein... Ich mache gar nichts. Ich meine, es ist ja eine schöne Idee, aber es ist irgendwie nicht machbar. Weil ich immer mich drehe. Es ist nicht machbar. Du hättest mal vorher ein bisschen Luft machen sollen hier. Ach, das gibt es doch nicht. Ach, bitte. Das ist so nervig gerade. Es war alles schön und gut, ne? Ich habe mich zu Tode gefl... Ich habe echt Angst gehabt. Aber jetzt kommt diese Strecke hier. Oder dieser Teil der Strecke. Und dann haust du mir so einen Hammer von den Kopf. Aber das finde ich nicht gut. Ne. Muss ich dir auch mal so sagen. Das finde ich nicht in Ordnung. Oh Mann. Wir kriegen es heute noch hin. Mit etwas Geduld. Ja, aber so ganz bestimmt nicht. Warum fliegt der da nicht hoch? Das gibt doch keinen Sinn. Leute. Ich probiere es echt gerne aus, ne? Aber so macht das überhaupt keinen Spaß. Weil ich bin einfach nur am Verzweifeln. Ey, fickt euch. Vor allem, wenn du... Guck mal, wie weit das nach oben geht. Das ist ja nicht mal eben so gemacht. Das ist so scheiße, ist das. Ey, das ist echt eine Kacke. Vielleicht ist das Auto dafür auch zu blöd. Aber dann hätte man das nicht in die Auswahl mit reinnehmen sollen. Weil das kann ich das nicht schaffen, ne? Das ist ein bisschen doof. Also, das müsst ihr dann auch verstehen, Leute. Guck mal, wie ich mich immer drehe. Ich drehe mich immer zur Seite. Ich mache überhaupt nichts. Ich mache gar nichts. Alles gut. Och, Mann. Oh, Mann, ey. Ey, das ist echt ein Abfucker. Das ist echt ein fucking Abfucker. Guckt euch das mal an. Jetzt vielleicht nach vorne. Hallo? Ich komme ja nicht mal auf das andere Ding drauf. Es war echt schön bis hierhin. Aber das ist echt mies. Also, richtig kacke. Ohne Scheiß. Was zum Teufel ist hier los? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier gerade passiert. Was zum Teufel? Ich kann es mir einfach nicht erklären. Leute, ich habe es jetzt noch mit einem anderen Auto versucht. Ich habe es so, ich habe es wirklich lange probiert, ne? Ich bin jetzt seit 40 Minuten hier und versuche hier hochzukommen. Also, ganz ehrlich, wenn es jemand schafft, dann herzlichen Glückwunsch. Aber ich kriege es einfach nicht hin. Also, ohne Scheiß. Ich probiere es immer wieder, ne? Es ist so anstrengend. Mittlerweile, ich bin richtig abgefuckt. Also, ich, klar. Wie gesagt, ich sage es nochmal sehr gerne. Ich danke euch, dass ihr immer Strecken baut. Es ist mega geil, dass ihr euch da ransetzt. Aber ganz ehrlich, was ist das hier? Also, ich, ich... Klar, man kann es bestimmt schaffen. So. Aber guck mal. Ich komme ja nicht mal bis zur zweiten Stufe. Ich komme nicht mal bis zur zweiten Stufe. Ich schaffe es einfach nicht. Was soll ich tun? Ich meine, hochfliegen, also rauspringen bringt nichts. Ähm, ich habe vielleicht gesagt, das Auto, das andere Auto ist zu schwer. Topo ist zu schwer. Wer weiß. Dann habe ich das probiert. Aber das ist genau derselbe Scheiß. Und guck mal, wie hoch ich da fliegen soll. Ich kann es mir einfach, einfach beim besten Willen überhaupt nicht vorstellen. Also, Entschuldigung. Ich will jetzt hier auch niemanden enttäuschen oder so. Aber ich, ich kann es einfach... Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Guck mal. Guck mal. Ich komme nicht mal so hoch. Ich komme nicht so hoch. Ich komme nicht hoch. Vielleicht muss man auch nochmal hier drauf und dann wieder weiterfliegen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich checke es einfach nicht. Ich probiere alles. Guck mal. Also ganz... Sorry. Also, nee. Also, beim besten Willen. Ich, wie gesagt, ich fand die Streckenidee sehr cool. Ich fand die Strecke auch sehr cool. Es ist auch eine ganz coole Strecke. Nur, äh, dieser Teil, der hat mir jetzt nicht so gefallen. Ähm, ich will da jetzt auch niemanden irgendwie, ähm, böse machen oder was weiß ich. Ich, äh, tun mir leid. Ich bin leider dieser Strecke nicht gewachsen. Du hast mich geschlagen. Ich danke dir dafür. Ähm, und ich wünsche dir viel Glück und einen herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft hast. Es ist sehr nett. Ich danke dir trotzdem fürs Bauen und, äh, ich brauche... Ich muss mich gerade mal eben... Ich bin leider dieser Strecke nicht gewachsen. Ich bin in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.